Hallo Leute, willkommen zurück zu diesem Video und ich werde angeschrieben, ähm, nehme gerade auf, ähm, ja, wir haben jetzt in der zweiten Folge gerade die Mission hier gemacht gegen die, ähm, aber ich habe jetzt noch schnell zurückgekannst, hei sagen. So, dann soll er mal hi sagen, der Domi, der Xenomorph, der gute Alte, sag hi, komm, sag hi, sag, ähm, ja, lasst uns nicht lange warten, wir müssen wieder zurück zu unserer Stadt, die muss jetzt wieder laden, das kann jetzt leicht lecken, aber ich finde es cool, dass hier oben auch dann die ganzen Finanzen und Bilanzen angezeigt werden, das ist so eine Sache, die ich persönlich sehr gut finde. Hier, was sind das? Grafen. Hauptsächlich durch das Abschließen von Aufträgen von der Mission in Krisensektoren erhältn. Okay. Und das ist Ethereum-Kreissektoren, auch nur so, okay. Dann lasst uns mal in unsere Stadt fliegen und hui! So, da sind wir wieder. Und jetzt mit unserem Bau. Bau vom globalen Raumhafen abschließen. Ja, bitte. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. What the F? Achtung. Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andock-Vorgang. Alter! Das ist ja Hammer! Das ist ja oberkrass! Meine Glückwünsche! Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mond-Lizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Wo sind die Werft? Äh, what? Werft? Ist das auch das? Den hier? Okay, warte mal. Aufgaben. Öffnet ihr das Strategie-Menü? Ja, mach ich. In der Arktis fallen ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arktik-Castodians. Werfen wir einen Blick auf ihr Territorium. Es war eine diplomatische Meisterleistung, die Castodians dazu zu bringen, ihr Land für private Firmen zu öffnen. Daher sind sie bei der Standortwahl etwas eingeschränkt. Wir haben nicht so viele Hektar, vier Inseln ungefähr gleicher Größe bilden die Akiya-Schollen, die viel Bauland bieten. Dieses Gebiet hat schon das Inseln einiger anderen globalen Mitbewerbersgewächs, der seine Handelsrouten erweitern will. Vier Bergbauplätze, 26 Küstenbauplätze, Logistikprojekt. Riesige Berge reichen bis zur Imuka-Gletscher hinauf und lassen kaum Platz für anderes. Viele aufgegebene Pop-Plattformen setzen dem Meer zu und die Arktik-Castodians halten sie genau im Auge. Okay, ist auch nicht so viele Bauland-Plätze, das finde ich scheiße. Ähm, das Kiknagda-Protektorat besteht aus zwei großen Inseln mit einem Klimastabilisator der Arktik-Castodians, dessen Erneuerung ist seit einiger Zeit überfällig. Das schaut mir so nach dem aus, was mich interessiert. Viel Baufläche, ziemlich viele Stellen. Das ist genau das, was ich will übernehmen. Willkommen in Phase 2 des Mond-Lizensierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktis-Region zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arktik-Castodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von... Ja, weiter? Um was geht's? Okay, gehen wir einfach mal rein. Es ist die Klimastabilisatoren-Technologie der Arktik-Castodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arktik-Castodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Ähm... Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Erklären Sie mir. Ich nehme mir das Schiff. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Fangen wir hier hin. Das schaut mir so nach der Stelle aus, die ich habe. Das ist die größte Insel, glaube ich, gerade im Moment. Mit der fangen wir doch gleich mal direkt an. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Mit dem Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schirfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argus-Augen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Ach, ich muss jetzt hier ein komplett neues System... Ach, du Sch... Ach, zum Glück. Wir sind nicht gerade so aufgefallen, wir haben keine Kohle mehr. Wir werden für Sie hier alles im Auge behalten. Neue Gebäudearten verfügbar. Dute Systeme sind die halbe Miete. So, mal kurz anschließen. Alter, da ist jetzt gerade so ein bisschen was schiefgelaufen. Hier hat man ein Fischerlager. Wenn das wahrscheinlich was kostet, ne? Das kostet die da. So, ich muss jetzt irgendwo nach hinten. Das ist doch cool. Achtung! Ja, es wird schon produziert, Schil mal. Meine Konservenfabrik wird direkt angeschlossen. Ne, die kostet zu viel. Scheiße! Ich kann mir das Zeug nicht leisten! Was soll denn das? Unzureichend Zugang zu... Ach, ich muss da so... Ach, du Scheiße! Was soll denn die Scheiße jetzt? Die wollen es mir ja nur noch schwerer machen. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen. Innerhalb vernünftiger Grenzen. Tja, und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen Ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Der schaut jetzt aber... Bitte! Gebt euch das! Dafür braucht man erstmal ne Idee! Um auf sowas zu kommen! Ein krebsbeiniges Vieh, das die Wand abbaut. What the fuck? Äh, wieso? Hä? Geothermale zum Biene. Was machst du? Eine Geothermale liefert Energie, um Fabriken zu betreiben. Okay, und was machst du? Du brauchst Aluminium, um Metallschaum zu produzieren. Ah, okay. Was fehlt? Äh, viel. Gemeinschaft. What? Gemeinschaft fehlt? Hä? 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 Da fehlt wieder solche... Ah, alles Zeugs. Geschützer. Gemeindezentrum. What the eff? Oh, hier. Wir suchen eine schöne Straße durch. So. Ich bin grad echt zu schlecht. Kann das sein? Wo mach ich denn mal den groben Fehler? Hä? Ewiger Winter. Ja. Na ja, man gewöhnt sich dran. Dann kann man sich gewöhnen. Wenn ich jetzt wüsste, was ich falsch mache, könnte ich euch natürlich auch nicht mehr bieten. Aber ich kann euch nicht mehr bieten, wenn ich nicht weiß, was falsch ist. Äh, wir haben hier nicht sehr viele Bauplätze, ne? Ich mach mal schneller. Mach mal schneller. Hä? Äh, wir bräuchte ich Kohle, meine Freunde. Kann ich hier handeln? Kann ich hier handeln? Kann ich Stromversorgung machen? Ja, Strom scheinen wir ja noch genug zu haben. Es geht hier, äh... Was, das kann ich mir nicht leisten? Weil ich kein Geld hab. Dann bauen wir das hier irgendwo hin, damit die zureichend Wärme haben. Wird ja, allein der Bau von Häusern, wird ja hier jetzt die einzigste Dramatik. Oh, da muss ja eine Fischverpackung hier drüben hin. Ja, weiß ich auch. Na ja, man gewöhnt sich dran. Wie verdiene ich denn doch nicht mehr? 14 von 47. Diese Angestellten frieren. Warte mal, lass mich mal von Aktischollen zu unserer Hauptinsel. Und dann mal ein bisschen weiter basteln. Um zu gucken... Ah, jetzt hängt die Scheiße wieder da. Ähm... Wie ich damit zurechtkomme. Ja, ich versuch's, meine Dame. Ich geb mir große Mühe, bloß ist es nicht so einfach, wie ich gedacht hab. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in ihr Gebiet. Aber bevor sie mich melden, hören sie sich lieber mein Angebot an. Ja, ist gut. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in ihr Gebiet. Bevor ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse... Ereignisse, die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde ihrer Firma zustehen. Ja, eigentlich schon. Würde ich mal sagen. Das interessiert mich. Warum werden bei solchen Zwischensequenzen auf einmal die FPS so niedrig? Verstehe ich nicht so ganz. Sammeln Sie Dammeüberreste... Warum sind Sie hier? Wie schreitet Ihr Projekt voran? Lassen Sie mich erstmal hier weiterbauen. Weil jetzt geht es gerade darum, dass unser Staat nicht verkündet. Ich möchte von mir nicht... Ich möchte höchstens dann die Kohle haben. Alle upgraden. Upgraden, 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 upgraden. Jetzt müssten wir aber auch langsam in den positiven Bereich kommen. Ja, 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 ja. Jawohl! Du musst einfach wirklich überall aufpassen. Ah, endlich. Kann ich dich wieder aktivieren? Das Geld steigen immer noch. Nice. What? Und welchen neuen Titel geführt? Ja, ich kann mich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Nicht chill mal. Ich hab mich jetzt erstmal um die Fruchtsäfte gekümmert. Die wollen Verjüngungszeugs haben. Das mach ich aus Algenfarmen. Ich muss jetzt hier irgendwo so ein Ding anklopfen. Okay. Okay. Es ist Zeit für ein Ververbesserung. Ich kann Fabriken updaten? Ich kann Fabriken updaten? Wo kann ich Fabriken updaten? Ich kann einen Fabrik updaten. Welche Fabrik kann ich... Fabrik? Ich hab da irgendwie voll den Sprachfehler drin. Fabrik? Oh, guck mal, da lag was rum. Nein, wir sind schon wieder im Minus. Was soll die Scheiße? Aber wir sind saumäßig gut im Minus. Das hat sich jetzt auch gesagt, wir sind saumäßig gut im Minus. Ihr kriegt einen neuen Informationsstand hier. So. so Straßen die Straße wird hinten an die Hauptstraße so wollen wir das doch sehen meine Wohngemeinschaft hin und dann kann man hier nicht upgraden anfangen so upgedatet und die positive positive Bilanz steigt aber ich muss sagen die schon so geil aus die Häuser ich hab doch hier wahrscheinlich irgendein Schiff er soll das Kommandoschiff ich kann ihn doch wahrscheinlich bewegen oder sind unterwegs noch verbessern da fehlt nur etwas feinkalibrierung Energie haben wir hier auch genug also ist es gut Bio-Kost ist ziemlich so einen wichtigen Gast hatte ich schon lang nicht mehr äh wird Achtung unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchstilten entdeckt Reisfarmen tun wir mal zwei neue aufstellen ich kann gleich hier die Straße anhängen damit das richtig gut wird 600 plus haben wir gerade nice tun wir die hier schon richtig anstellen ja warte jetzt noch mal kurz ich kümmere mich hier gerade darum dass hier alles passt so hier kann man wahrscheinlich Ornamente bauen ne kleine Ornamente glückwunsch neun Erfolg was soll ich jetzt noch was okay Leute aber das war es auch schon wieder mit dieser Folge ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen damit sehe ich dass es euch gefällt und natürlich über ein Abo kostet nichts und tut nicht weh und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschau